Yo, was geht Leute? Ich zeige euch heute die Solo-Runde, wo ich mit 8 Leuten geteamt habe. Die meisten haben mir nicht geglaubt, dass das wirklich real ist, sondern dachten, dass es gescriptet ist. Aber wie ihr gerade sehen konntet, waren 97 Spieler im Spiel drin. Es sollte eigentlich ein Story-Video für euch werden, aber am Ende habe ich einfach mit 8 Leuten geteamt. Das Video geht ungefähr 11 Minuten und schaut euch das gerne an, ich werde auch nicht mehr sprechen. Und am Ende konntet ihr auch sehen, dass wir insgesamt 7 oder 8 Leute waren und das in einer normalen Solo-Runde. Ich wünsche euch allen viel Spaß, schaut euch das gerne bis zum Ende an und ja, da ist schon der Skalschrupa. Viel Spaß. Es ist nun an der Zeit, deine Allianz mit den Unsterblichen zu schmieden. Sobald ein Olympia dir Gehör schenken will, rufe ich dich herbei. Sei bereit. Gehör schenken. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay. 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 Oh, baby. Don't hurt me. Don't hurt me. No more. No more? Du bist nicht fair, ich gebe dir meine Liebe. Du bist nicht fair, ich gebe dir meine Liebe. Du bist nicht fair, ich gebe dir meine Liebe. Du bist nicht fair, ich gebe dir meine Liebe. Du bist nicht fair, ich gebe dir meine Liebe.